Schumacher und ich, von Kopf dazu veranlasst, setzten uns zusammen und tauschten unsere Meinungen auf. Und zum Schluss sagte Herr Schumacher, ich freue mich sehr, dass wir übereinstimmen, ich habe jetzt noch etwas. Sie sind eine sehr junge Partei und wir sind eine sehr alte Partei. Und wir sind eine sehr große Partei. Sie werden mir also doch darin beipflichten, dass wir die Führung haben müssen. Ich habe darauf geantwortet, Herr Dr. Schumacher, dass Sie eine sehr alte Partei sind, weiß ich. Dass Sie eine sehr große Partei sind, weiß ich. Ob wir nicht größer sind, das wollen wir mal nach, dabei wollen wir uns nach der ersten Wahl einmal aussprechen. Und das hat Herr Schumacher mir sehr übel genommen, zumal da die erste Wahl danach zeigte, dass wir stärker waren als die SPD. Und das ist eine sehr gute Partei. Und das ist eine sehr gute Partei.